hallo schön dass sie wieder eingeschaltet habt ihr vielleicht schon im hintergrund sehen könnt der winter hat bei uns einzug gehalten wurde auch langsam ein bisschen zeit heute mache ich mal eine kleine runde drehen das wetter genießen aber nur ganz kurz mal raus ich brauche frische luft der kleine wort sie ist wieder mit der große wollte leider nicht mehr dem ist das zu kalt er ist auch nicht mehr der jüngste darum soll er mal zu hause bleiben im warmen na gut dann kommt man mit auf meine kleine runde ich hoffe es gefällt euch mal wieder und weiter geht's so Musik 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 tja und hier wird es die runde auch schon zu ende war nur eine kleine runde bisschen das winterwetter genießen ein bisschen angeschlagen mal wieder deswegen nur ganz kurz wie man jetzt hier hinter mir aussieht die kindergartenkinder ein schönes shelter gebaut machen sie in regelmäßigen abständen sind hier noch hier finde ich toll haben die ein bisschen was von der natur lernen das ein bisschen kennen vor allem das holz was man damit alles machen kann und dir hat es auch spaß gemacht murphy glaube ich oder ich glaube schon denn er freut sich jedes mal wenn wir draußen sind ja gut ich hoffe das video hat euch gefallen und damit hin bis zum nächsten mal die garten also fein gemacht was fein gemacht ich habe dich die man die gäste immer wieder zu bobo ja